Herzlich Willkommen zu meinem Video Lernen gelingt erfolgreich mit der Alphabet-Kategorientabelle. Ich zeig dir jetzt eine Methode des Lernens, die ich selber schon mit vielen ausprobiert habe und damit auch wie du dein Wissen gut einordnen kannst, man sagt dazu auch kategorisieren. Wir haben uns ja schon mit ABC-Listen in einem der vorhergehenden Videos beschäftigt und hier geht es jetzt darum, Lernen und Zusammenfassung von Wissen einmal gut zu ermöglichen. Hier sehen wir jemanden, der sich nicht ganz so auskennt, der nicht so einen Durchblick hat und jemanden anderer, der den Durchblick hat, woran könnte das liegen? Bei ABC-Listen haben wir schon besprochen, dass es darum geht, dass man Verbindungen, Assoziationen herstellen kann zu bestimmten Dingen. Hier habe ich zum Beispiel Happy und mit Happy bringt jemand zum Beispiel Family in Verbindung. Dann Memory, also fröhliche Erinnerungen, angenehme Erinnerungen und so weiter. Das heißt, wenn jemand Assoziationen hat, wie wir es bei der ABC-Liste schon einmal kennengelernt haben, hier habe ich das Beispiel mit meiner ABC-Liste zum Thema Österreich, kurz noch mal gesagt, Buchstaben des Alphabets aufschreiben, Begriffe dazu dann zu jedem Buchstaben finden, nicht unbedingt der Reihe nach, sondern wie es einem dann unterkommt, zum Beispiel wenn sie einen Text findet und Recht dazu Erklärungen und Begründungen, das sind die ABC-Listen. Also wenn man solche Verbindungen hat, dann bekommt man eine enorme Menge an Wissen. Es geht es aber darum, dass man das Wissen dann auch gut einordnen kann und dazu habe ich jetzt dann diese Alphabet-Kategorien-Tabelle, die ich dir jetzt da zeigen möchte. Also überlegen Sie ihn dann wiederum den anderen wiederum, die es schaffen, das Wissen dann auch schönen Kategorien zuzuordnen. Also zum Beispiel hier Meaning, Feeling, Thought, Story und so weiter, kann man zum Beispiel mit dem Gehirn in Verbindung bringen. So wie wir oben zum Beispiel in einem anderen Video die Liebe gehabt haben, kann man auch verschiedenen Kategorien zum Beispiel zuordnen. Eine Kategorie, wenn man hier einen Buchstaben sieht, eine Assoziation sieht, hat man hier zum Beispiel das G für Giraffe. Und wenn ich dann mir das nächste anschaue, habe ich C wie Zebra. Und wenn ich das miteinander verbinden möchte, die Giraffe und das Zebra, dann habe ich als gemeinsame Kategorie ja dann zum Beispiel die Tiere gefunden. Und beim Wissen geht es dann letztlich darum, dass ich verschiedene Kategorien, verschiedene Oberbegriffen, wenn du vielleicht an Mindmaps denkst, hier dann zuordnen kann. Das heißt, die richtige Kästchen, die richtige Schublade finden, wo ich dann mein Wissen hinterlegen kann, um es dort dann auch leichter wieder herauszuholen. Das ist natürlich dann auch hier ein gerechtes Lernen, wenn ich dann diese Kategorien in meinem Kopf speichern kann, durch die Verknüpfung, die ich dann habe zu den einzelnen Schubladen, zu den einzelnen Kategorien dann auch wiederum leichter abrufen kann. Und dazu dient dann diese Alphabet-Kategorien-Tabelle. Ich habe dir jetzt hier ein Beispiel einmal dargelegt. Ich habe hier eine ABC-Kategorien-Tabelle aus dem Bereich Psychologie und Philosophie dann gefunden, habe mir dann wiederum hier eine ABC-Tabelle erstellt und habe hier aber dann zwei weitere Spalten eingefügt. In dem Fall habe ich hier eine Spalte gemacht für psychologisch-philosophische und biologische Fachbegriffe. Da schreibt man wieder Begriffe hinein und dann ganz wichtig auch, dass man dann in Klammer dazu dann auch eine kurze Erklärung da macht, was man dann damit meint. Und eine andere Kategorie wäre dann hier Person, Experimente, Ereignisse, Epochenorte, wieder Begriffe und wieder eine kurze Erklärung dazu. Das heißt, das Entscheidende hier bei dieser Kategorien-Tabelle ist, dass ich hier eigene Spalten für die verschiedenen Kategorien habe. Und das Schwierigste bei diesen Kategorien-Tabellen ist dann praktisch mir zu überlegen, welche Kategorien gibt es, nach denen ich dann mein Wissen dann einteilen möchte. Und dann suche ich mir bestimmte Dinge aus dem Text zum Beispiel heraus, die ich dann hier einordnen kann. Da unten habe ich zum Beispiel aus dem Gegenstand Geschichte mir etwas überlegt, habe hier vier Spalten dann zusätzlich da hinzugegeben, also vier Kategorien. Eine Kategorie wären dann hier Namen, Personen, Gruppen und so weiter. Dann geografische Bezeichnungen, neue und ältere Bezeichnungen und die ordne ich dann wieder dann dementsprechend zu. Wenn ich das möglichst vollständig schaffe, man sieht hier habe ich wirklich praktisch zu allen Dingen dann etwas gefunden, umso vollständiger kann ich dann dementsprechend dann auch auf Einziges Wissen, das ich hier dann abgelegt habe, auf den entsprechenden Schubladen, würde ich vorhin erinnern kannst, kann ich dann dementsprechend dann auch dann sehr gut zugreifen. Vielleicht zum Schluss noch, ich gebe dann einen Link in die Videobeschreibung hinein, wo ich dann Ihnen zeige, wie man mit einer Textbearbeitung so eine Kategorien-Tabelle dann auch tatsächlich erfassen kann. Danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann weiter beim nächsten Video, da geht es um sogenannte Lulsche-Leitern.